Fast vergessen! Jetzt bin ich bereit! Jetzt bin ich bereit! Oh, ich freue mich schon so sehr auf die Handschuhwelt. Ich gehe lieber zu Patrick, um ihn daran zu erinnern, welcher Tat heute ist. Oder wer ich bin. Komm wieder, wenn mein Wecker geklingelt hat! Mein Schönheitsschlaf hat oberste Priorität! An deiner Stelle würde ich nicht in diese Richtung gehen, Spongebob. Die Straße wird durch einen großen Stau blockiert. Echt? Aber wie sollen die Leute denn dann ihre Kramburger mampfen? Tun sie nicht. Sieh nur selbst an. Ich sitze hier mit den Inhabern konkurrierender Restaurants fest, dem Abfalleimer und der Krossenkrabbe. Das ist doch die perfekte Gelegenheit, eine Doku über das beste Restaurant Bikini-Bottoms zu drehen. Gute Idee! Ein Film über die Köstlichkeiten des Abfalleimers würde glatt Millionen einbringen. Ich meinte die Krossenkrabbe. Niemand geht in den Abfalleimer. Es sei denn, er will fragen, wie man zur Krossenkrabbe kommt. Jedenfalls, die Behörden sind noch dabei herauszufinden, wo die Nägel, die diese Kollision verursachten, herkamen. Vielleicht kann Mr. Krabs dabei helfen. Letztens hat er eine ganze Wagenladung an Nägeln bekommen. Er kennt sich bestimmt damit aus. Entschuldigung. Es war alles klar. Unbeschleuchte Z Netflix-Bottom Sieg 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 Hau-di, Spongebob. Du bist ja früher wach als ein schlafloser Gockel. Lust auf ein bisschen Karate? Aber hallo. Allerdings könnte ich etwas Polsterung vertragen, Sandy. Patrick und ich werden den allerschönsten Tag in der Handschuhwelt verbringen. Kommst du mit? Danke, aber dieses Eichhörnchen bleibt Handschuh frei. Ich bevorzuge den Nervenkitzel von Muskeltraining und Gummienten. Aber wenn du etwas Zeit hast, könntest du mir dabei helfen, alten Schrott aus meinem Garten zu beseitigen. Gar keine Frage, Sandy. Bereit zum Stemmen, ihr Memmen? Bin ich bestrumpft oder sind diese Titels größer geworden? Großartig, Spongebob. Mein Garten ist so schön wie ein Frosch. Hi, Perla. Wie geht's dir? Oh, Spongebob. Weißt du's noch nicht? Es ist zum Heulen. Heute gibt's einen Ausverkauf im Einkaufszentrum. Aber wegen dieses... Das ist zum Heulen. Aber zur Handschuhwelt fahren noch Busse. Du könntest... Ähm, danke, aber das würde meinem Rupi so ausgerechnet ich. Warum ist mein Leben meine einzige Pischstrainer? Ach, geliebtes Bikini-Bottom. Der perfektiontastischste Ort im ganzen Universum und Heimat meiner Freunde und Erinnerung. Guten Morgen, bester Freund. Bist du bereit, Held der Handschuhwelt? Aber hallo. Ich hab durchgemacht und so getan, als hätte ich Hände. Eine Ewigkeit später. Patrick, coole Kids. Hi. Ich wünschte, ich könnte cool sein. Ist der Wagen hier gerade etwa einfach aus dem Nichts gekramm? Ist doch egal. Nee, auch nicht cool genug. Kann ich das haben? Was, die alte Flasche? Voll mystischer Magie. Zunächst möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Madame Cassandra, Lieferantin langverlorener Schätze der Sieben Meere. Zum Schnäppchenpreis. Magische Blubberseife. Verwirkliche deine Träume. Mit diesem einzigartigen Blubberblasen, Dingsy, kannst du haben, was immer du willst. Und werden, wer immer du sein willst. Blubbere deine Wünsche einfach in den Himmel. Hat für mich leider nie geklappt. Einige Sekunden später. Ich wünsche... Nein. Ich wünsche... Nein. Ich wünsche... Ballons, Ballons, Ballons! Okay, mein erster Wunsch ist für meinen allerbesten Freund, der Ballons liebt. Ich wünsche mir für Patrick das allergrößte Ballon-Abenteuer seines Lebens. Ballons! Ist ein Tag voller Ruhe und Frieden denn wirklich zu viel verlangt? Wie soll ich denn je mein neuestes Meisterwerk vollenden? Denn ihr Clowns mir ständig die Ohren voll kichern. Ich wünsche mir, dass Thaddeus Kunst endlich die nötige Anerkennung bekommt. Was macht ihr beiden denn? Warte kurz. Ich wünschte, die ganze Welt würde erkennen, wie toll Sandy ist. Danke, SpongeBob! Coole Blase! Drei Stunden später. Oh! Hey, SpongeBob! Was heißt das, wenn da steht, nur die, die reinen Herzen sind, sind der Macht der Meerjungfrau tränenwürdig? Dass es mir bestimmt war, dieses Seifenblasenwasser zu finden? Moment! Da steht auch, Eigentum von König Neptun. Nicht für Sterbliche geeignet. Sparsam und mit Vorsicht nutzen. Oh-oh! 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 Oh nein, Patrick. Was haben wir getan? Wer hätte gedacht, dass der Zaubertrank einer mysteriösen Wahrsagerin in einer zwielichtigen Kutsche nach hinten losgeht? Ja, das war absolut unvorhersehbar. Moment mal, Patrick. Du bist ein Ballon. Schön wär's. Wäre ich ein Ballon, könnte ich coole Sachen machen wie das hier. Oder das. Oder das. Siehst du, Spongebob? Oh, ich bin ein Ballon. Deswegen fühle ich mich in letzter Zeit so aufgebläht. Wir müssen unsere Freunde suchen und schauen, ob es ihnen gut geht. Gut, dass Thaddeus so gelassen ist. Andernfalls würde er sich darüber bestimmt aufregen. Oh, noch mit... Mein Stein! Mein schöner, großer Stein! Alles, was übrig ist, sind meine... Oh nein! Meine riesigen Klebezettel sind auch weg! Wer erinnert mich denn jetzt daran, mehr riesige Klebezettel zu kaufen? Keine Sorge, Patrick. Die Klebezettel liegen bestimmt irgendwo hier rum. Oder hier. Oder da drüben. Autsch! Sieht ziemlich kaputt aus. Warte mal! Vielleicht hat eins von Sandys missglückten Experimenten dieses Chaos verursacht. Nein, ich glaube nicht, Patrick. Sandys Experimente hinterlassen immer den Geruch von Eicheln in der Luft. Alles, was ich hier riechen kann, ist... Schwammatem und Seifenblasen. Oh ja, das ist das gute Zeug. Seltsam. Das Handys Haus wird klasse als sonst. Ich glaube, wir sollten trotzdem die obere Hälfte finden. Endlich kann ich von meinem schwarzen Gürtel Gebrauch machen. Und ich habe ihn die ganze Zeit als Schal benutzt. Oh! Ich verstehe das. Ich kann mich ganz engl圍 für eine Schlüssegerichte machen, oder? Die sind ja verletzte Sch falten. Ich bin schon immer bei der Schlüssegerichte. Ich bin schon ganz englisch. Ich kann mich ganz englisch. Ich bin eben nicht zuerst Schal. Ich bin schon nicht zuerst in einer Neu-Geruch. Ich bin einfach daran, dass ich jetzt eine gute Mosche habe. Oh ja. Sie haben die Schlüssegerichte. Ich bin eigentlich nicht zuerst in einem Schal. Es gibt bei der Schlüssegerichte. Das ist es nur noch kurz. Es ist ein interessantes. Die Schlüssegerichte. Oh, noch mehr Gelee. Ich wusste, ich kann auf dich zählen, Patrick. Nein, nicht die krosse Krabbe. Was sollen die Bürger von Bikini Bottom denn jetzt essen? Wer hilft ihnen, ihre Brieftaschen zu leeren, wenn Mr. Krabs nicht da ist? Ich muss das in Ordnung bringen. Nimm deine schwabelige Hand von mir. Ich bin zu klug, um so zu enden. Ist genau richtig für meine... Ihr idiotischen Vielzeller! Euretwegen herrscht im Bikini Bottom das reinste Chaos! Mein Restaurant ist umgekippt und das arme kleine Fleckchen ist weg! Hättet ihr mich doch mitmachen lassen. Das ist doch... Naja, genau mein Ding. Korrekt. Oh nein! Sorry, Plankton. Wir kriegen das wieder hin. Ihr müsst das in Ordnung bringen, ehe noch jemand außer mir das Chaos für sich ausnutzt. Korrekt. Warum wiederholst du dich? Hat deine Festplatte mal wieder einen Aussetzer? In... korrekt. Juhu! Hier drüben, meine kleinen Tömpel. Oh, ihr Typen, zieht lustig aus! Meine entzückenden Lieblinge! Ihr habt dieses Unheil... Oh, Madame Cassandra, wir hatten bloß Spaß und haben aus Versehen zu viel magische Seifenblasen geblasen und Bikini Bottom zerstört. Und jetzt sind all unsere Freunde weg und überall ist Genée und... 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 Ich vermisse mein Gärillein. Das ist wirklich vorzüglich. Das ist nicht irgendein Gelee, SpongeBob. Das ist kosmisches Gelee, der Kleber der Realität. Euer Blasenspektakel hat anscheinend Löcher im Universum erzeugt, die das Gelee herausquetschen und eure Freunde in neue, seltsame Welten gezogen haben. Das war auch mein erster Gedanke. Bringt mir so viel davon, wie ihr finden könnt, damit ich es untersuchen und... Ähm... Euch helfen kann, euer Chaos ungeschehen zu machen. Schließlich trage auch ich Schuld, da ich euch versehentlich einen solch mächtigen Zaubertrank gegeben habe. Klingt plausibel. Jepp, das ergibt sich... Ausgezeichnet! Dann ab in die Portale, die sich in der ganzen Stadt geöffnet haben. Mit dem Gelee kann ich kosmische Kostüme für dich schneidern. Ich bin bereit! Los, rennen wir Bikini! Finde das Portal, das zu deinem Kostüm passt. Sobald du deine Freunde gefunden hast, geh mit diesem magischen Blasenstab nach Hause zurück. Okay. Oh, Jus! Oh, das sieht aus wie ein Viehzüchter auf dem Land. Ich frage mich, ob es einen Namen dafür gibt. Süß und klebrig. Die Schule hat geschlossen. Und nicht vergessen. Und nicht ver- Oh, vielen Dank, Patrick. Danke! Und nicht ver- Und nicht ver- Einer unserer Freunde ist vielleicht auf der anderen Seite dieses Portals. Komm, Pe- Ein kleiner Knack reicht mir um. Und nicht ver- Mich beschleicht das Gefühl, dass wir nicht mehr in Bikini-Bottom sind. Sieht der aus wie der wilde Westen. Oh, tut mir leid Partner, ich suche meinen Freund Mr. Krabs. Er hat ungefähr deine Größe, ist rot und mag Geld. Ein Krabbenproblem, was? Du solltest dich am besten mit dem Sheriff in Manta Fae unterhalten. Puh, was für einer so hart! Na, stellen wir uns an und fahren nochmal! Keine Ahnung, wozu Cassandra dieses Zeug braucht. Was ich Gelee brauche, sind Gelee-Sandwiches! Patrick, Herr Sandra weiß schon, was sie tut. Wenn sie sagt, dass sie Gelee braucht, um unsere Freunde zurückzuholen, dann drehen wir ihr eben Gelee! Und jetzt, Champions, wir müssen sich, werfen, um die Bikini-Bottom Zelle geschlossen. Ich glaube, ich war's. Die Leute sind Geräusche, nicht nur ein paar Besucher. Haben wir die Bikini-Bottom ? Ich bin ein Erbeerenter, und glaube ich auf das Pord. Ja, ich bin ein Erbeerenter. Ich kann das Krabben. Unterhaltend dieser Zelle, Ich bin ein Erbeerenter. Lieferung, komm! Was gibt's, SpongeBob? Was siehst du? Wasser? Limo? Limo-Wasser? Was siehst du? Walfelstrecke, es ist so klein. Da passen wir nie rein. Warum müssen wir nur so groß sein? Das ist nicht klein, Patrick. Ist es nicht? Es ist nur sehr, sehr weit entfernt. Wir sind gerettet, Patrick. Es ist Mrs. Puff. Wenn jemand weiß, wo Mr. Krabs ist, dann sie... Schnell! Wir müssen sie einholen. Sie machen uns daheim kennen. Hier vermutlich nicht. Hier müssen wir sie kennenlernen, wie wir sie das immer zu Hause kennengelernt haben, als sie uns kennengelernt hat. Verstehst du? Nein. Oh, noch mehr Gelee. Ich bin einiger Gelee. Was macht dieses Gepäck mitten in der Wüste? Ich glaube, es ist aus Mrs. Max' Kutsche gefallen. So eine Fisch habe ich noch nie gesehen. Ich habe das Gefühl, als hätte ich auf dieser Ranch schon mehrere NATO-Erfahrungen gehabt. Ja, so ist eben der wilde Besten. Wow, ist das Mrs. Ruff? Was macht sie denn auf einer Ranch? Ich liebe dein Stress. Howdy, Fremde. Ihr seid zu Fuß hergekommen? Das ist sehr gefährlich. Ihr könntet ihm nur austrocknen. Schon der Gedanke bläht mich auf. Ich kriege Blähungen, wenn ich Schneckenfutter esse. Hi, mein Name ist Spongebob und der Ballon hier ist Patrick. Wir suchen unseren Freund, Mr. Krabs. Aber er heißt vielleicht nicht Mr. Krabs. Er reist vielleicht mit einem anderen Namen. Oh, wie Jeremy. Oder Petunia. Oder Käpt'n Klaue. Oder Ronaldo. Eine namenlose Krabbe? Ja. Geht nach Mantafé. Da verschlägt es jeden hin, dem etwas fehlt. Könnten Sie uns dorthin fahren? Das ist eine Reitschule und kein Taxidienst. Wenn du jedoch meinen... Mein eigener Reiter stein. Wenn du so weit bist, triff mich beim Seepferdchen. Mal schauen, ob du den ganzen Weg bis Mantafé oben bleibst. Ah, Mrs. Puff, ich meine Frau Lehrerin, also... Sei nicht albern, Spongebob. Ein bisschen auf die Plätze. Und los! Spongebob, spring! Oh, das ist 35,7 Punkte. Drumherum! Puff, das war knapp. Hebe mal drauf! Spongebob, pass auf! Das ist schrecklich wahr! Dann schwing dich, mich beim Versicherungsvertreter anzurufen! Spongebob, pass auf! Spongebob, pass auf! Puff, schwing einfach weiter! Spongebob, pass auf! Spongebob, pass auf! Und heißt normalerweise anhalten! Spongebob, pass auf! Spongebob, pass auf! zu bestehen? Yippie! Ach nein, das ist nicht nötig. Ich wusste ja nicht, dass du Spaß hattest. Spaß ist einen Bonuspunkt wert. Hier ist dein Reiterschein. Vielen Dank, Partner. Ein Führerschein! Yes! Sprung! Sprung! Hey! Immer langsam! Ich glaub, das geht nicht. Mit diesem Führerschein darf ich nur Seepferdchen und ähnliche Tiere reiten. Mit Ausnahme von... Hier steht überhaupt nichts von Bootmobilen. Ach, sobald es Bootmobile gibt, lege ich die Prüfung einfach nochmal ab. Jeha! Wir haben es nach Mattafee geschafft, mein fliegender Freund. Mein Hintern bringt mich um von deiner ganzen Reiterei. Da ist Sandy. Ich meine, da ist der Sheriff. Ja, wen haben wir denn hier? Hä? Du magst so gelb wie Senf sein, aber hast du auch Wiss? Bitte nicht beißen. Zu unhygienisch. Ich suche meinen Freund Mr. Krabs. Hast du ihn gesehen? Große Augenstiele, winzige Beinchen. Bin außer Dienst für das Duell, Süßer. Aber wenn du's mit mir aufnehmen kannst, sehe ich mir den Fall mal an. Okay? Besorg dir einen Strohhalmpartner am besten ohne Knick. Dann veranstalten wir einen kleinen Kaktussaft-Showdown. Kein lebendes Meerestierchen kann mehr Saft trinken als ich. Du gehst schneller unter als ein rostiger Anker. Gelee-Banditen! Gelee-Banditen! Du hast ja mehr Überraschungen auf Lager als meine Socken nach nem Sandsturm. Das du's mit den Gelee-Banditen aufnimmst. Prost! Kluck, 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 kluck! Runter damit! Prost! Verdammt nochmal! Der Kaktus, seit dieser rothändige Räuber und seine Banditen könnte die uns vielleicht mehr Kaktussaft aus den Kakteenhügeln besorgen? Je eher wir unser Duell beenden, desto eher kann ich deinen Krabbenfall lösen. Keine Sorge, Sheriff. Hilfs-Sheriff SpongeBob! Und Ballon-Hilfs-Sheriff Patrick! Kümmern sich drum! Kümmern sich drum! Drei Malone Garten! Kümmern sich da, ich meine soんな Angelegenheit der Krembe-Anhrogen. Wirgunst KGB-Anhjus-Sheriff-Anhjus-Nagyus-Sheriff-Anhjus-Sheriff-Anhjus. Vielen Dank.